Großes Feld in der Union. Im Oppenheim-Union-Rennen, der letzten Vorprüfung für das Deutsche Derby, wird es am Sonntag in Köln das größte Feld seit langem geben. Denn aller Voraussicht nach kommen 13 Pferde an den Start. Gäste aus dem Ausland gibt es in diesem Jahr allerdings nicht. Wie erwartet nachgenannt wurde Stefan Richters-Berlidoy, der von Stefan Hellin geritten wurde. 450.000 Euro für Mascha. Die von Andreas Subowitsch trainierte Mascha, zuletzt Siegerin im Kronimus Diana Treil in Iffesheim, brachte am Montag bei einer von der französischen Auktionsgesellschaft Arcana durchgeführten Online-Auktion 450.000 Euro. Den Zuschlag erhielt letztlich Oceanic Bloodstock von US-Agent Michel Zerolo. Mascha geht nun zu Jean-Claude Rouget nach Frankreich ins Trend. Gruppe 1 Sieger Sirius abgetreten. Der Gruppe 1 Sieger Sirius, 2014 Sieger im großen Preis von Berlin in Hoppegarten, ist tot. Der Dashing Blade Zone brach am Dienstag nach der Morgenarbeit auf dem Weg zurück in den Stall vermutlich nach einem Aorta-Abriss zusammen und war nicht mehr zu retten.